Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft HashWord 2 mit dem Randy. Hallo, Schädi. So, und wir sind wieder zurück in unserer Base und ja, ich weiß gar nicht, was wir das letzte Mal so schönes überhaupt gemacht haben. Und guck gerade hier mal auf meinen schlauen Zettel, was wir noch so machen können. Wir waren ja hier stehen geblieben mit unserer Power Armor. Äh, Moment. Ja, Mann, wo? So, jetzt ja. So, mit unserer Power Armor, da haben wir schon ein bisschen was installiert, ne? Äh, an den Füßen, ja. Genau. Hat man sonst noch irgendwas installiert? Nee. Kopftechnisch nicht. Ja, ach, hier sind jetzt auch so kleine Häkchen dran, ne? Das ist ja das Schöne. Ah ja, an den Füßen hat man was installiert. An der Hose hat man nichts installiert. Okay, zwei Sachen. Okay, aber uns gehen ja auch langsam die Ressourcen aus. Das muss man auch dazu sagen. Das heißt... Deswegen haben wir ja neue Dinger gemacht, Steam Dynamics. Genau, dass der Quarry einfach mal ein bisschen schneller läuft, dass das hier einfach vorangeht. So, müssen wir mal gucken, wie sieht es hier aktuell aus. Ähm, ups. Oh. Sieht so aus, als ob unsere Festplatten voll sind. Kann ich mir nicht vorstellen. Beim letzten Mal haben wir noch eh eine komplett. Komplett gedudelt. Ja, guck mal. Ja, warte. Hm, Itemsplatz ist ja eigentlich noch. Aber wieso nimmt er jetzt... Wieso nimmt er nichts raus? Hä? 63 für 63, Typ simpel. Bei einer sind alle Typen voll, bei den anderen fast. Aber zwei sind halt komplett, was Bytes angeht, voll. Okay, dann sollten wir wahrscheinlich mal schleunigst noch irgendwie eine Festplatte bauen. Das ist richtig. Ich kann mich dabei mal schnell an die Stimm Dynamics. So, warte mal. Äh, Storage. Die brauchen wir jetzt erstmal. Das hat jetzt erstmal Priorität. So, wir haben ja jetzt, glaube ich, hier 4K-60-Platten drinne. Wir müssen auf jeden Fall... Nein, wir müssen erstmal eine 1K bauen. Wir brauchen erstmal ein Storage-Cell. Äh, Zertus-Quartz war das gewesen, genau. Und, ähm, Basic-Prozessor. So. Basic haben wir noch zwei. Dann Quartz haben wir auch noch. War das jetzt so? Ähm, was war das jetzt noch? Oh, ja. Ach ja, Redstone. Ich gucke mal gerade zum Quarry. Oh, Redstone geht echt zur Neige, ey. Äh, wenn du beim Quarry bist, dann kannst du da auch mal... Ausschalten. Ausschalten? Ja, da müsste ein Hebel sein. Na, bitte mal. Hallo? So, da müsste eigentlich ein Hebel sein. Äh, dass du den ausschalten kannst. Ach, Scheiße. Rockmist. Zerlassen wir die Steine hier rein. Okay, verstehe. Gut, macht nix. Dann brauchen wir das. Das, 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 das. Äh, ne 4K. Brauchen wir ein Storage... Was ist das 4K? Äh, das ist vielleicht mal ne 16K. Ne 4K brauchen wir ein Storage-Segment. Ja, brauchen wir drei davon. Äh, ach man, wir brauchen ja noch so einen Basic-Prozessor. Das war mit Gold. Und Quarz-Kneif. Hm, warte mal, wo haben wir denn das Quarz-Kneif? Irgendwo, das klingt so lustig. Quarz-Kneif. Mann, Mann, Mann. Was heißt Kneif, Randy? Keine Ahnung. Du kriegst ein bisschen Englisch-Unterricht hier. Oh, nö. Du müsstest das doch wissen, da ist Zocker, was Kneif ist. Kneif ist doch ein Messer, oder nicht? Jo. Aber wir keins. Boah, Alter, das muss doch irgendwo rein gehen. Hier ist leider auch kein Hebel, aber der Cory arbeitet auf jeden Fall schon mal effektiv. Äh, dann... Hast du einen Stein mit und einen Stick? Nö, aber ich kann mir einen Stick bauen. Ja, dann tu mir mal einen Gefallen und mach mal, ähm, äh, baue mal einen Hebel und setz ihn dran. So, warte mal, was war'n das jetzt noch? Ähm, hierka... Ach, Silikon, haben wir jetzt noch Silikon? Ja, wir haben noch Silikon. Ah, jetzt muss es noch reichen. Boah, Alter. Da überflutet jetzt hier gerade das ME-System dermaßen. So. Okay, eins brauchen wir noch. Äh, 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 äh. Zack, zack. Aber ich glaube, es wird wieder nur eine 4K-Festplatte. Mehr wird einfach nicht drin sein. Die müssten wir natürlich noch durchbraten. Ups, blups, 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 blups. So, sehr schön. Und zack, und zack. So, dann könnten wir drei Stück und so einen und... Wie baut man da noch mal einen Schalter? Was? Wie baut man da noch mal einen Schalter? Äh, unten ein Cubblestone und oben drauf ein Stick. Ach, oben drauf. Ja, ja, okay. Das ist immer lustig. Manchmal weiß man einfach die einfachsten Sachen nicht mehr. Wenn man nur dieses Technik spielt. So, warte mal. Geht mir auch oft so. Kann ich denn verfickt nochmal? Alles, was ich aus dem ME-System rausnehme, kann ich nichts mehr reintun, weil der Kirby einfach so viele Steine reinpumpt. Mann. Stoge-Segment. Bräuchte wir für die 4K. So, jetzt gucken wir mal auf die 16K. Dann bräuchte wir bestimmt drei Segmente. Das heißt, wir bräuchten neun. Geht nicht zusammen. Das geht nicht zusammen. Die Rohstoffe haben wir einfach nicht. Shit, 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 shit. Ich hätte es mir echt gewünscht. Dann bräuchten wir noch 6 davon. Noch 6 davon. Den herzustellen, bräuchten wir 6. Ach, das geht mit dem Redstone schon gar nicht auf. Naja, egal. Dann können wir halt nur ne 4K bauen. Nützt nix. So, Redstone. Ähm, bum, 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 bum. Redstone. Iron. Hm. Obwohl, sie sind ja auch den Hebel am Bescherzen, dass das Ding ausgeht? Äh, daneben direkt. Du musst nur daneben direkt und dann auf aufschalten. Und dann musst du aber ein bisschen warten. Wenn du mal über den Quarry fährst, siehst du, dass die Energie sich langsam verbraucht. Also der, der hat immer noch so ein bisschen Restenergie. Naja. Aktuell haben wir das Problem, dass der Quarry uns mit Steinen so sehr vollrödelt. Wir haben 20.000 Steine. Läuft. Das ist unser Problem und das stopft die Festplatten gerade so sehr. Und wir müssten diesen Recycler etwas besser laufen lassen. Hm. Das heißt, wir müssten Steine recyceln. Ja, wir müssten Steine, die Steine recyceln, dass da draus halt Scrap wird. Und, ähm, ja, wozu können wir Scrap gleich nochmal nutzen? Weil Yu Yu Metal ist ja hier relativ überflüssig. Ach ja, Scrap können wir als Brennstoff nehmen, außerdem. Dann könnten wir noch Fertilizer herstellen. Stimmt, das wird auch noch gehen. Aber wir könnten zuerst mal ganz normal als Brennstoff nehmen. Genau, und Scrapboxen. Das heißt, wir könnten das... Scrapboxen. Achso, wir könnten das ziemlich komprimieren. Ah, okay. Scrapboxen kann auch sein. Wir kriegen irgendwelche Items raus. Nice. Wo ist denn jetzt das Scrap hin? Äh, hab ich rausgetan. Ach, hast rausgetan. Kannst ins ME-System gleich schmeißen. So, wir haben jetzt hier einen ME-Basic-Export-Bus. Das heißt, wir bräuchten noch einen Import-Bus. Das wäre das Beste. Damit wir noch einen Import-Bus hätten. Und zwar ein ME-Fuzzi. Ein Basic brauchen wir sowieso erst mal. Der Fuzzi war ja einfach so genau. Ein Basic. Das heißt, wir bräuchten ME-Interface. Oh, wieder eine Conversion-Matrix. Haben wir noch die Conversion? Ach, wir haben noch ein, ich glaube es ja nicht. ME-Kabel. So. Dann war das Iron und Glas. So, Iron. Blups, blups, blups. Ah, so gesehen hat man das schon, ja. Warte mal, ich glaube, das war jetzt umgedreht. Glas. Das war jetzt umgedreht. Ja. Okay. Dann war er ja genau. Tak, 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 tak. Tak, tak. Tak. So, und Iron. Ja. So. Und ein ME-Interface. Dann brauchen wir einen Sticky-Piston. Haben wir jetzt. Listen. Mal. Und. Ah, warte mal. Was könnte man da jetzt wieder draufklatschen? Ah, war bugging. Okay. Blups, 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 blups. So. Ein ME-Kabel noch und Iron. Doch übrigens das letzte ME-Kabel. Was sehr unschön ist. Weil? Ja, weil ME-Kabel sehr, sehr teuer sind. Alter. Das ist das Problem an der Sache. So, jetzt haben wir einen Basic-Import-Bus. Müssen mal gucken, ob der eventuell schon ausreicht. Ah, das Problem ist, wir brauchen doch noch ein ME-Kabel. Das heißt Redstone, Zertus-Quartz und Neter-Quartz. Redstone. Redstone sind wir echt bald am Arsch. Ja, Gruy baut aber aktuell ohne Stab. Ist der jetzt aus? Nee. Nee, ich mach jetzt Redstone-technisch. Das ist richtig. Das ist richtig. Warte mal, wir gehen denn gerade eben mal noch dieses Neter-Quartz durch Reservator schicken. ganzen Quark. Ja, ihr seht selber, also, weil auch immer schon viele geschrieben haben. Äh, nehmt doch ME-Kabel, äh, ne Quatsch, nicht ME-Kabel. Ich nehm' alles zurück, ich war grad Glützchen. Hm. Wo sind die Overclocker? Äh, im Verbrenner. Jo, warte, brauch ich nochmal ganz kurz hier einen Messerator. So, dass da mal kurz Gas gibt. Das kann da rein. Oh, ME-Kabel. Was, noch mehr? Ach, wir haben noch, Luix, das kann man sogar noch drin. Tatsache. Na gut, haben wir erst noch wieder 15 ME-Kabel, das ist natürlich nice. Aber man den ganzen Kreml hier gar nicht durchbraten. Dann auch wieder rein. So, und dann SME-Kabel einmal hier dran. Äh, und, blups, so, jetzt ist die große Preisfrage, entleert er automatisch oder nicht? Jupp, macht er. Sehr nice. Weil, da brauchen wir nicht das ME-Kabel, da brauchen wir den Importpass nicht aus Pimpenn, zu einem, zu einem quasi, zu einem Fuzi-Importpass, weil dann kann man das einstellen, äh, können wir uns quasi einen, so einen Advanced-Prozessor sparen, weil der brauchen die, ja, das ist das Problem. Also. Ja. Und jetzt wird hier erstmal durchgebrodelt. Und du siehst, du siehst, energie-technisch, äh, wenn man, wenn man die Overclocker reinbaut, dann, äh, sag ich mal, ist es energie-technisch auch, äh, alles etwas, naja, mehr Verbrauch halt, ja, weil das schneller läuft, deswegen müssen wir mal aufpassen, aber das passt alles. Also alles super, alles im grünen Bereich. Sehr schön. So, okay, wie sind wir mit der Zeit aktuell? 14.20 Uhr. Gut. Ich setze gerade mal hier, Fancy-Prick. Äh, heh, 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 heh. So, Licht-Stone-Prick, was ist, hab ich ja noch nie gehört. Jetzt. Okay. nur gerade die frage eine säge ja michro blocks genau die säge brauchen wir dann auch diamantsäge stonewood brauchen wir nicht machen wir uns erst mal eine säge stonewood ok logisch stick und eisen so dann hierhin so haben wir einmal so eine säge haben wir noch diese pricks ja muss ich noch mal was ausprobieren ob das hier funktioniert mit der säge wieso nicht doch jetzt don't fix wer und fix panel und cover ok und jetzt einfach mal schauen dass jetzt mein plan hier aufgeht ja ich habe gedacht diese cover kann man eigentlich in der reinsetzen kann ich die noch mal durch brütteln mit der säge hier gibt es nichts anderes dass das problem von diesen micro blocks aber ich dachte links cover ach so cover das sind ja panel ja scheiße wie stellt man jetzt diese verkackten cover her hatten wir nicht gerade covers nee das sind panels oder ja das sind covers ne stimmt sind covers man so ein mist ja dann wünsche sitzt hier drauf klatschen sie doch kacke aus oder mal ernsthaft jetzt man sieht es ja bloß von der seite guck mal von der ferne ja von der ferne geht es finde ich sehr spaßensalber dann einfach noch hier so das künst und da eine kunst ja schön ist was anderes aber es geht es geht auf jeden fall dass wir das verdecken soll genau so da ist das dicht erstmal jedenfalls bis uns eine bessere lösung eingefallen ist ich weiß man kann auch andere cover herstellen ich weiß aber nicht ob man das hier kann und zwar andere cover mit dem hh da kommen wir hier nicht mehr durch ach so ok das springen sollen ich weiß man kann dann noch andere cover herstellen und zwar im assembly table mit den lasern aber hm wie das hier geht gute frage oder beziehungsweise ob es das hier gibt weiß ich gerade nicht assembly table müsste ich mal gucken ob der assembly table hier einfach mit dabei ist kein cover davor shit ja dann machen wir hier einfach so ein paar cover hin hier so klopp mal weg ja meine freunde und dann würde ich sagen beenden wir den part erstmal weil ich denke mal wir sind so ungefähr bei wir sind bei 20 ja ja wir sind bei 20 ok gut dann würde ich sagen beenden wir den part einfach erstmal und sehen uns dann im nächsten part wieder danke fürs zuschauen bewertet das video positiv wenn es euch gefallen hat und bis dahin tschüss 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 tsch